Wo ging es denn eigentlich hier ganz oben? Ich habe schon wieder vergessen, wo wir angefangen haben. Oh, ich habe hier Eisen gefunden. Ich muss mir ein paar Extraktoren machen. Oh, ich habe schon wieder komische Kreaturen. Ist es nacht draußen? Ja, ist nacht. Ja, super. Dann komme ich ins Haus. Flup. Man kann ja gar nicht rausgucken. Das Glas ist ja voll Milch. Haben wir noch Obsidian-Bahn? Ich bräuchte mal das Wort. Ich habe 34 einstecken, aber die kriegst du nicht, weil du zu spät gekommen bist. Ja, so ist das. Ich tausche gegen Plum. Ja, Plum. Ja, ich tausche gegen Plum. Ne, brauchst du welche? Hier, ich packe die in die Kiste. Ja. In die hier. Hier, in die hier. Das ist ja schon reingelutscht. Gezbo, du hast doch bestimmt noch Licht. Ja, habe ich. Komm doch mal in deine Höhle. Nö. Och, Mann, oh. Das sind böse Kreaturen. Jetzt habe ich einen Washer gemacht. Hier ist gar nichts los. Auf Tab? Tut man auf Tab das fallen lassen? Bestimmt nicht. So. Ähm. Ich wollte hier so ein... Wo ist es? Ne. Das hier. Aber das kriegen wir nicht hin. Corruption Dust. Kriegen wir das hin? Rockhorn. Keine Ahnung. Wir müssen mehr Kreaturen töten. Mein Baum ist immer noch nicht gewachsen. Da ist eine Tüte. Da ist eine Tüte. Na. Ja. Meine Tüte. Was machst du denn für komische... Ich kann mit Wasser spritzen. Hier. Wir spritzen. Komm her, ich mach dich sauber. Nein, lass mich. Ich brauch Pilze. Und Plumen. Ich brauch Licht. Ja, das ist schön. Ja. Das find ich sehr gut. Warte mal, die Blumen, die waren doch beim Eis, oder nicht? Was ist denn da für ein lila Ding? Achso, das ist ein Hühnchen. Wie sind so viele böse Schweine? Oh, ein Schlag sind sie kaputt, okay. Aber da gibt's nur Leder. Also, äh, können wir nicht gebrauchen. Die brennen. Hier unten laufen ganz viele Viecher rum. Ich glaube, da ist bestimmt was bei. Wo? Unten. Äh, zu deinem Teleporter in der Höhe. Ja, da unten war ich ja. Da wurde ich, ähm, durch die Wand angeschlagen. Und dann bin ich geflüchtet. Hab ich Angst bekommen. Also, ich bin hier. Hier ist nix los. Also, nichts, was mich angreift. Cool, ich hab jetzt ein liebes Pixi. Hab ne Kiste gefunden. Schön, 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 schön. Mein Pixi hat Hunger. Mein Pixi hat Hunger? Ähm, musst du ihn füttern? Ja. Ich hab aber nix. Jetzt legt sich das Viech auch noch schlafen. Kann man wohl nicht angehen. Foules Stück. Was bist denn du für einer? Aua! Der schlägt ja. Ich kann doch nicht mal Lampen bauen. Das ist doch Mist. Kann ich damit auch? Die Heildringer machen? Wir testen mal. Ähm... Nein, nur mit Blümchen. Können wir Blümchen anpflanzen? Geht das vielleicht? Das ist eine sehr gute Frage. Weil für Heiltränke, äh, braucht man immer Blumen. Und Pilze halt. Und hier ist nicht mehr viel. Wir haben hier schon alles weggerodet, glaube ich. Wir werden alle sterben. Vielleicht. Mal gucken. Hier ist wieder kalt. Und ich höre... komische Geräusche. Ich will doch nur Blumen. Hm. Okay. Äh, ich finde leider keine Blumen hier. Hey. Oh. Hey. Oh. Ich bin ganz allein. im tiefen verschneiten Wald. Und hier schläft mein Fan. Guck mal. Dein Fan? So was hast du? Viele Fans. Ist einer davon. Ist einer davon. Den weck ich aber jetzt nicht. Hm. Keine Blumen. Es gibt keine Blumen mehr. Tja. Es gibt nur... komische Hühner. Hier sind Blumen. Blümchen. 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 Hier brennt was. Ach böse Schweinchen brennen da. Hier sind noch mehr Blumen. So, da können wir nämlich gleich ein paar Heiltrenge machen, dann können wir nochmal runter in die Höhle gehen und denen mal erklären, wer hier der Boss ist. Oh, hier sind sehr viele Blumen. Muss ich mir merken, die Stelle hier. Merkt euch mal die Stelle so westlich von unserem Haus. So, ja, so, ja. So, hier. Jetzt fehlen mir Pilze. Oder, warte mal, da kann man da auch bestimmt die anderen Pilze nehmen. Ja, okay. 28 Heiltrenge sollten reichen, fürs Erste. So, ähm, was macht eigentlich, ähm, das Gemüse? Ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Ich hab das schon mit Wasser draufgespritzt, das funktioniert nicht. Was bist du für ein Gärtner, ey? Ähm, ja. Ist das ein Schweinchen? Das ist meins, ja. Das ist Pixie. Richtig. Aber er hat Hunger. Sag tschüss zu Pixie. Lass das Schwert stecken, mein Freund. Mach es, mach es. Ich hab auch eins. Aber ich hab weniger Leben, wie du. Lass es. Ganz langsam. Komm, komm mit Pixie. Pixie will ich beschützen. Sag ich mal, kann man mit Pixie irgendwie interagieren? Nein, ich nicht. Warte. Jetzt kannst du mit ihm interagieren. Oh. Was mag er denn? Gib ihm, gib ihm was zu fressen. Ähm. Hier. Hab ich. Jetzt ist... Er braucht nichts mehr. Ja, der Start ist gut. Er ist zufrieden. Und jetzt? Ja. Was kann man damit machen? Mit Pixie? Nix. Das ist unser Hausschwein halt. Nett. Ja. Hab ich mir auch so gedacht. Können sie auch, äh, so Partikel kreieren? Können die... Können die einen beschützen? Die können einen nur verfolgen irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht die stärkeren Mobs. Das wär natürlich interessant für, ähm... Für, für unten. Ja. Äh, da wo ich jetzt auch wieder hingehe. Ich glaube, ich brauche beide hier unten. Pfff, ja. Und jede Menge Lampen. Äh, wie? Die Höhle ist extrem riesig. Wir kriegen Besuch. Von wem? Eingeborene? Oh ne, falsches Spiel. Ja, falsches Spiel. Aber so ähnlich. War doch mein Teleporter. Ne, das war ja gar nicht mein Tele... Dein Teleporter, ne? Ne, bei deinem. Wieso war ich mein? Bei deinem musst du hin. Ja, wo bist du denn lang? Da hinten? Guck doch, wo ich bin. Ja. Ich seh... In die Richtung einfach laufe. Ja, der geht nicht. Das ist ne Wand. Ach, stell ich nicht so an. Der geht da durch. Und hier sind ein Haufen... Ungebetene Gäste? Viele ungebetene Gäste? Ich laufe hier mal vorbei, ne? Das sind noch mehr ungebetene Gäste. Da bist du. Moin. Jo. Hallo. Du kommst nur von da? Was gibt's denn hier hinten? Ja, ne riesen Höhle. Oh. Würmchen. Bleib drin. Brauchen wir Licht. Au. Au. Bitte auf, auf Luft. Schlaf. Komm, schlaf. Ja, der ist. Au. Das tut weh. Ah, hier ist wieder Mineralwasser. Wo? Das hier? Ne. Hier, bei mir. In dem Löchlein hier. Komm zu mir in den Pool. Oh. Yeah. Hallo, hast du mich geäußert? Nein. Ist sie sicher? Ja. Nein. Zau, wie will mich hier heilen und nicht sterben. Ich wollt grad sagen, wie viel hältst du noch aus? Habt ihr auch hier oben irgendwo noch, ähm... Nein. Achso. Was denn? Kohle? Wir baden gerade. Nein, alles unten. Du kannst ruhig mit hier... Hier ist noch ein bisschen Platz. Im Pool. Im Pool? Ja. Wir machen hier Poolparty. War jetzt auch die Folge. Na ja, eng ist ein lehnbarer Begriff, ne? Was jetzt? Hört mir so an. Bist du nicht? Dann nicht. So, mach mal Licht, Gizmo. Licht? Licht! Soll ich dir meinen Finger ins Auge stecken? Ne. Ja, das brennt auch. Kann dir ins Auge pieseln, das brennt auch. Hier hab ich ein bisschen Licht. Wow. Mehr hab ich nicht. Hier hab ich noch eine. Äh, ja. Hier ist es ganz schön... weitläufig. Hier ist überall dieses, äh... Tolle Wasser.